So, play like a legend. So, also für ein Goldspiel. Ich habe sonst am Handy schon mal gespielt, ja. Aber das ist schon. So zwischendurch immer mal spiele ich zur Entspannung. Das war für einen Flight Simulator, da habe ich mein, habe ich ja mein Veloster, wie heißt der, äh, Turtle Beach Controller, hier mein, 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 mein Toggle-Dings, meine Steuerung, meine Flugsteuerung, aber da habe ich ja auch lange nicht mehr gespielt, ja, jetzt habe ich vergessen, wo meine Übersetzungsliste ist, Übersetzungsliste zwischen den Tasten vom, vom Toggle, also vom Bedienelement, vom Flugsteuerungsgerät und Microsoft interne Belegung, ich habe so eine Übersetzungsliste, die ich hatte, wenn ich meine, wer Interesse hat, kann ich mal gucken, Microsoft Flight Simulator 2020, habe ich ja schon, was das, ne, halt, machen wir keinen Scheiß, wir haben, Rückenwind. Komm Rückenwind. Mach an. Wie tut ihr los? Ach Roche. Halt die Ohren steif. Und Henny, was ist er hier? Das ist ein Wund, aber es ist ein hilfreiches Wund. Es ist ein Wund, das ist ein Wund. Ja, wow, das ist ja mal beauty, beauty, flea, blight. Das ist ja doch mal ein bisschen, das ist aber gut, jungen. Das hätte es schlimmer sein können, ne? Geh mit dir ein Scheiß-Feed. Weil, da kann man sich überhaupt nichts darunter vorstellen, oder? So richtig. Ich jedenfalls nicht. So. Bitte. 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 ist schön dass du spaß hast auch hat auch spaß okay dann freu ich mich die dex cup die schwierigkeit nicht dass ich dann auf einmal total überfordert und dann nur noch für kacke dann bleibt das spaß ja wieder so nach rechts muss ich kommen da ist ein berg würde ich das sagen er muss auch ein bisschen um lenken wie viel ist siebzehn das Ok, ich wäre schon mal lieber näher dran gewesen. Die stehen wenigstens im Schatten, ne? Die anderen Kumpels da draußen, die haben schon alles an Brand. Jedenfalls auf den Armen. Wann hat das gut ausgesehen? Ah, wann hat das gut ausgesehen? Komm, Holstein, mach ein bisschen. Hey, wieso hat er denn jetzt nicht gedrückt nach links? Ich hab extra... Stehe ich nicht. Oh, oh. 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 Das ist auch noch ein Bunker. Ach, Igel, das wäre natürlich schön. Und den Knoten rauskriegen aus dem Start. 14 feet to the cap. Wenigstens ein Birdie. So ein Birdie könnte mir jetzt gut tun. So toll. Oh, so close. So toll. Zu viel Kraft. Roche, halt durch. Halt durch, Roche. Mühsam ernährt sich das Eichen. Ach so, kein Boogie. Und after that performance, they'll stay right where they are, in the standings. Der Trost des Losers. Oh, I always love these holes. Kein Boogie. Ein Schuss. 20. Guck mal, wo der hingeht. Nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, Scheiß. Der haut jetzt das voll in die Pfanne, ey. Was war das denn? Da ist jetzt los. Jetzt wirst du mit den Nerven nervös und dann... Da ist er. Nix mit Knotenlösen. Hm. 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 in first place 14 tatsächliche ok ein krieg zwischen ein knick hey looks like this one's heading safely for the fairway this shot from around 210 yards wind is going straight at his back going with the six iron here ach nein so ein kack the wind wreaks havoc with another golf ball so but you need to make a party Das ist ziemlich knallig. Das wird die Momentum behalten. Jetzt sind die Zwillinge wieder. Wir sehen, damit ist hellblau. Babyblau, wie heißt das? Babyblau, brabe. Wir sehen, was passiert hier, auf der 6. Klickt. Hä? Oh nein! Tatsächlich, ich guck's jetzt an. Jetzt muss er im Bunker, hä? Jetzt muss er im Bunker, unbedingt, hä? Ja klar. Oh, ein Scheiß. Und er hat nicht die Mark auf diese Angelegenheit. Wind ist absolutlich schwirre in der Goughbohrse. A chance, jetzt, von der Bunker, für ein Up-N-Down. Chance. Immer noch zu doll, scheiße. das muss ich mir abgerissen jetzt muss ich schon wieder treffen jetzt geht schon wieder los mit das geht doch wieder in die hose die schön schläge komisch manchmal gehen sie sind doch noch mehr das verstehe ich nicht 155 von hinten anschleichen was das 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 Oh! Er hat diesen Putz, um zu schützen seine Par. In sie geht's. Jetzt, vier Schuss nach dem Halt. Wir haben eine Par-3 auf diesem einen. Neunzehn von der Händen da. Ich habe den Pichy-Witsch gehabt, den Pürenbuka. Schön, dass ihr Spaß habt. Was ist Putin? Ist der auch hier? Oh! 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 Da kommen sie schon. Kommt der Leichtmann wieder. Oh, das ist knapp, ey. Das ist nicht das, was sie sind. Ein anderer Missed Green in Regulation. Sie müssen besser werden. Und hier sind wir mit der 3. Ja, Paar muss werden. Gut. Okay. Hm. Oh, 22, das ist... Mensch, nicht. 22 ist 4, ne? Ich gehe in den Bunker. Ach, bitte nicht. Gut. 22. Ja, geht über den Bunker, klar. Oh. Ich springe wenigstens hoch. Dass ich da irgendwas versuchen kann. Das Weite? Ja, Birdie. 17 Meter. 17 Meter. Mal sehen, was die Linie sagt, ne? Vielleicht ist ja gar nicht so... Gucke mal an, ey. So. Drückt uns die Däumchen. Könnt's sie brauchen. Ja. Oh, ja. Jo. Jo. Ich weiß der Knut endlich wie du bist. Schön. Ach, das ist schön. Ich guck mal hier zwischendurch mein Medizinien. Aber sonst komm ich dann wieder Zeit rüber. Ja. Und dann schluck Kaffee hinterher. Das schmeckt gleich viel besser. insel die insel tatsächlich auf die insel 21 schießt nach da so 131 nicht ins wasser halt reicht reicht auf wie das geht ja das geht ja noch das geht ja noch hatte das geht ja noch ja ich weiß bin keiner schiss nicht vorbei Ja. 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 schön ob du die drücken wir die die bügel von der brülle in die ohren die kopfhörer 20 so oh well done second shot here on the 12th ach scheiße man herrfurt ja aber wieso so weit weg ich sehe das loch nicht ich vermute jetzt einfach jetzt also ich komme mit dem ja guck mal da war ich schon ganz links da war ich schon ganz links extra 17 aber wieso das stehe ich nicht mitkommt von vorne und drückt nach links das war wieder talking about pretty good chance Das ist für Paar. Gott sei Dank. Das ist aber eine knabber Partie diesmal. Ja, noch, aber der Fleischmann da. Guck, der kommt da angewackelt. 15 Seitenwind. Wo soll ich denn noch hingehen? Bei 15. Abstand. Bei 15 Seitenwind. 15 ist doch nicht so viel, oder doch? Da geh ich noch nicht mal mit, mit. Nix weiter weg. Das ist gut. Ach ja, stimmt ja, wir haben ja... Wir haben ja einen Schlag eingebüßt durch. Das ist gut. 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 Tja. Kapier. Okay. Oh, okay. Rückenwind. 21. Da geht's noch nix rüber. Da geht's noch nix rüber. Ja. Das ist ja nun mit 3. So weit rüber, guck mal. So weit, das sieht ja okay aus. nur weit rüber muss man okay Gut. 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 Danke schön. Gut. 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 ich war abgerutscht abgerutscht 20 ich habe die schulsohle aber helge muss schleppen ich habe gar nicht gesehen jetzt in der runde 19 wieso da kommt reicht auch noch weiter ja klar ja ja auch zu schön gegenwind und gegenwind ja 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 Ah Ah, ha. Das ist ein Kupfer. der würde pittchen wird hier schön doch das ist schön Das ist ja schön. Oh. Das tut gut. Das tut gut. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Ja, hauptsache nicht nach rechts. Na, links aber auch nicht. Ey, hallo? Helga, meine Sonne. Helga, mein Schatz. So. Sechzehn. Was? hast du das hier sind das war doch mal schöner abschluss ja 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 aber mein geld wird gar nicht mehr da oben ja komisch warum nicht habe ich jetzt geht die richter dich einstellung was für einstellungen sollen das sein ja da will ich doch ändern jetzt was denn jetzt bloß nichts verändern keine ahnung steuerung ich mache es mal so ich mache das so zum antasten zurück ist ja wahnsinn oder wo ich werde mir so das will ich mir ein paar hamburger erst mal nein 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 so okay dann machen wir erstmal pause bis zum nächsten gegner denn der will wahrscheinlich als nächstes der will als nächstes tschüss dankeschön fürs zuschauen bis zum nächsten mal bleibt schön gesund so 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 so